Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction mit einem Video auf dem Kanal CasIncredible. Mit dabei Hikaru. Zusammen gucken wir jetzt eine thailändische Sängerin an. Die haben wir schon mal abgecheckt gehabt. I.I. Goddess. Und es war richtig... Goddess. War richtig geil. Und ihr habt vorgeschlagen, dass ihr auf die andere Musik mal reagieren soll. Und du sollst mal zum ersten Mal auch gucken, wie sie ist. Die ist echt eine großartige Tänzerin. Geile Lieder. Äh, echt, echt genau. Geiles Lied gewesen. Und ja, bin gespannt, wie es dir gefallen wird. Und wie es mir gefallen wird. Die heißt Flick. Flick. Ja, das Flick hört sich schon mal sehr gut an. Und da würde ich sagen, jo. Die Sängerin heißt Kratea Siam. Kratea Siam. Weil sie es richtig ausgesprochen hat. Okay, mach. Geh mal an. Oh, shit. Die Anfang ist schon mal sehr hart, sehr kräftig, sehr nice. Nice outfit. Mashallah. Alpha. Heftig. Ach so, ein bisschen so spanisch. Ja. Spanisch rein. Die geht richtig auf die Korn. Echt? Helny. Alter, da bekommst du direkt so Bock. Ja. Ist da auch sehr hübsch. Die ist verdammt hübsch. Heiß, krasses Thals. Ihnen wollen wie das Rot passiert. Mhm. Da kommst du direkt los mit zu haben. Das blitzert jetzt fettig aus. Das ganze Körper. Nice. Die ist wirklich cool. Sie hat krasse Dance-Kipp. Boah, wie schnell sie ist. Oh, nicht richtig. Ach das. Was ist das? Oha, oh! Alter, heftig! Oh, holy fucking shit! Oh mein Gott! Ich hab damit das gar nicht so gerichtet. Das kann man so aus dem Nichts irgendwie... ...verhauen werden. Alter, den Lenkis ist... BAM! 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 Ich glaub, ich hab meinen Favoritchen gefunden. Okay. Oh! Oh! Das war grad zensiert. An der Stelle. Was war zensiert? Oder? Hier? Ja, weiter, weiter, naja. Aha! 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 Das Auto ist verdammt nice auf. Ja, oder? So mit den Fäden und so weiter und alle. Oh mein Gott! Das war eine geile! Oh mein Gott! Das war eine geile! Ja! Okay! 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 Oh mein Gott! Ja! Die zeigt euch, was sie trauen. Ja! Die Frau kann wirklich alles. Ein bisschen Werbung machen. Ach du Scheiße! Ohhhh! 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 Holy shit! Die ist ne Schlange! Im letzten Video haben auch viele kommentiert, dass sie in echt eigentlich eine Boxerin ist. Ach krass! Und danach wurde sie wohl so gefunden, entdeckt und eine Sängerin gemacht worden. Ohhhh! Schon krass, oder? Das ist übelig! Ja! Boxerin, Sängerin. Du könntest ja aufs Settings richtig spielen. Ja! Viele verschiedene krasse Outfits. So ein riesiger, guter Mood-Funk. Alle so glücklich. Haben Spaß! Du, 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 du. Wir haben so eine riesige Party. Wow! Schon aufwendig gemacht. Hey! Hey, 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 hey. Wow! Amma! Teffet diese... Das ist verdammtisch! Pfff! Oh my God! Hehehe! Feuerwerken? Ich denke, wir haben immer noch einen neuen Kasten. Okay. Das war Kates Erzsian. Genau. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Lied in die Kommentare. Falls ihr weitere Vorschläge habt, dann auch in die Kommentare. Falls ihr das Video gefallen lassen, liked da. Abo nicht vergessen. Wir haben so viele Thai-Pop-Reactions. Guckt auch mal vorbei. Und ja, danke schön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Cheerio! Bis zum nächsten Mal.